Servus Gressach und Hallo, herzlich willkommen in unserer antialkoholischen Rezepteküche bei etza.online. Heute mit einem Passion Sponge. Der Passion Sponge ist ein tropisches Fruchtwasser, das an die Sonne Brasiliens erinnert. Ihr benötigt hierfür 30 ml Maracuja-Saft, 10 ml frisch gepressten Zitronensaft, 100 ml stilles Mineralwasser und zu guter Letzt Eiswürfel. Kommen wir zur Zubereitung. Ein Long Ring Glas bis zum Rand mit Eiswürfel füllen. Die Zutaten hinzugeben und mit einem Barlöffel so lange umrühren, bis das Glas beschlägt. Fertig. Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee.etza.online zur Verfügung, wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online Team